Das Schwimmen war überragend. Tanya, auf geht's! Ich bin noch nie unter einer Stunde geschoben und jetzt hier das zu schaffen war richtig cool. Welche ist eigentlich deine stärkste Disziplin? Die ist gerade vorbei. Auf dem Rachen hat mich richtig, richtig gut gefühlt. Aber dann lief's. Beide haben irgendwie gekurbelt und mein Team irgendwie mit einhörnern und weiß ich nicht, war es alles auf der Strecke. Ja, und dann bin ich losgelaufen und irgendwie lief's ganz gut. Mein hier hoch am Ende, auch wenn's echt übel ist und ich keinen Bock mehr hatte, war's richtig cool.